Ein seltsamer Vogel ist so nah, im Wasser lebt er meist. Kommt doch beim Mond, scheint dann und wann ans Uferland gereist. Das sag ich oft meines Herren Gästen, nun aber passt mich selber am besten. Ich halte jetzt kein Haus und lebe äußerst schlicht. Und wut auf niemand ein, und braß nur nicht. Und dennoch zirken, mit manch unverschämter Wicht. Drum kann ich auch nichts bieten, ob ich will oder nicht. Doch, dem schränk ich meine nächtliche Ruhe, der mir den Grund kann weisen. Warum ich jede Mitternacht zu Tempel muss und kreise. Das Pahne, Glob und Ehrich, da es auftut, das verstehe ich so. Sie gehörten nie zu den Frommen. Jetzt würfeln sie, wie wohl zu Pferd, um die Kisten und weit weg vom Herz. Und der König der Rosinen schließt, sobald die Eulen tragen. Und stets nach einer Mädchenruft, das Tod seit Jahren und Tagen. Auch dieser hat's verdient und muss von rechts wegen jagen. Und der König der Rosinen schließt, sobald die Kisten und 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 die Kisten. Die Kisten und die Kisten und die Kisten. Die Kisten und die Kisten und die Kisten und die Kisten. Die Kisten und 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 die Kisten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020